Astronauten . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ich ein Junge wäre Nur wenn Tino, Tino, Tino mich kürzt Wenn Tino, Tino lebt, yes Selber Tino, Tino, Tino mir leist Keiner Kiko, Kiko, Lina, Karina Von mir, das ist mir, wenn du redest zu sein Es wunderbar, oh, 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 oh Wenn ich ein Junge wäre Dann wüsste ich so gut Was so ein junger Wort Auf lauten Liebe tun Ich will am liebend schwulen singen Direkt nach Transylvanien Ich habeelier-Fakik Wenn ich ein Junge wäre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja! 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 Ziggy plays guitar, jamming good with Weir and Gillies in the Spiders' Rumpars. He could play it left and right, but he made it too far. He became the special man when we were Ziggy's friends. Ziggy really sang screw the bars and screw down in the next man broke your head. He could bring the bars by and leave them do it. He came on so lonely man, well, there's no attack. So where am I fighting her? While the blood tries to bring out a war. But I could be a light to guide her. So we'll wish about a sound that should be precious in the air. the 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 city Hey, he was the last when I bought you an hour. He took it all too far, my boy couldn't blame you down. Making love with an eagle, nothing he's sucking up into his mind. Like the love of a sire, all of the chips that kill the bad heart to break up his head. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ziggy play guitar. Tag! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, we proudly present, ich freue mich zu annonzieren, Nina Hagen. He brought to be gay, little boy! You are so grand. It's hot! All this, it's Gesetzesut comentous treat. Wenn ich ein Junge wär, das wäre wunderschön, wenn ich jeden Tag in langen Wogen geh. Wenn ich abends bin, bin ich ein Schwachendramat erraut, das wäre abzuschwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino nicht köst, wenn Tino dieses Lied ist, dann bei Tino, Tino, Tino hier ein. We are it! I call it ant! Antis ant! We are it! Wenn ich ein Junge wär, mit einem Motorrad, dann werde ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Nur wenn Tino, 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 Tino. Wir sind ein Junge, Tino, 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 T Sexy voice, a couple of rain Wenn ich ein Junge bin Ich bin so glücklich, dass ich dich hier sein kann In Binos Bahnhof, sagt sie, ja Oder in Barneys Bienhof In Barneys Bienhof, das ist überhaupt schön Und ich bin glücklich, dass du hier bist Nina, wie geht's dir eigentlich? Also ich muss sagen, mir geht's ganz gut Ja, das ist schon sehr viel Es macht unheimlich Spaß in der Welt rumzufahren und fast jeden Tag in einer anderen Stadt vor anderen Leuten aufzutreten und denen was zu geben, Musik und so, Kraft Du warst in New York Hat dich das irgendwie beeinflusst oder verändert? Ich meine, man sagt immer, das ist so eine Stadt aus der man anders wieder rauskommt als man reingegangen ist Ich glaube, ich war schon mal dort früher in einem anderen Leben wo ich noch jemand anders war Aber New York ist schon ganz toll Aber es wird ja nur leider auch ins Wasser fallen Und zwar ungefähr 1998 wenn Teile von Manhattan und nicht nur in New York sondern auch in Amerika wenn die dem Weltuntergang zum Opfer fallen werden Ist das eine Weissagung von dir? Ne, ich bin leider kein Prophet so weit bin ich noch nicht Aber ich habe immer auf meinem Schoß hier ein Buch liegen das heißt Der schlafende Prophet und das ist mein Lieblingsbuch Das ist ein Buch von Jess Stern über den Propheten Casey der 1945 gestorben ist und der hat in seinem Leben nicht nur Prophezeiungen gemacht sondern er war auch ein Heiler der hat die Fähigkeit gehabt mit seinem zweiten Bewusstsein in den kranke Körper reinzuschauen und er konnte auch gleich die Krankheit diagnostizieren und sein bester Freund war Arzt und das ist alles wissenschaftlich anerkannt worden Heißt das, dass du dich jetzt... Das ist mein Lieblingsbuch Das ist dein Tipp das Tipp Buch des Monats oder so Ich würde sagen Buch des Jahres Wir nennen es den größten Buchtipp seit 1945 seit er gestorben ist seit die Leute nicht mehr wissen wer er ist ist der letzte lebende Prophet gewesen Du siehst, es nimmt nicht jeder ernst aber ich glaube... Doch, die wissen das ganz genau die lachen nur weil sie sich freuen, dass ich es sage Ah... Was mich interessiert wenn ich dich so beobachte auch hier bei den Proben ist wo nimmst du die Energie her du bist immer auf Hochspannung und immer sozusagen mit Volldampf gefüllt und das ist doch ein riesen Kraftverschleiß Na eigentlich nicht ich möchte sagen ich kann nicht meditieren das kann ich noch nicht und Yoga mache ich auch noch nicht und ähm... ich glaube, dass ich dass ich aber trotzdem unheimlich mit dem Universum eins bin es gibt ja Menschen die fühlen sich separat vom Universum und ich fühle mich immer mehr eins wenn ich in den Himmel gucke und die vielen Sterne sehe weiß ich genau dass jeder Mensch auch ein Stern ist aber die meisten die wollen es nicht sein und die sind zu böse zu hektisch und alles ist total hat sich so verändert in den Menschen seit das Geld auf die Welt gekommen ist dass es eben schwer ist überhaupt noch an Gott zu glauben und... Aber du hast auch nichts gegen Geld ich meine, brauchen wir doch Du, pass auf ich brauche überhaupt kein Geld weil ich lebe jeden Tag ich habe mein Essen ich habe was anzuziehen gegen Leute die einen dann allzu fertig machen würden wenn man mit nichts rumrennen würde und ich habe viele Leute um mich rum wir machen Filme und wir wollen auch unabhängig werden so dass wir unsere eigenen Filmkameras kaufen können also das Geld klar habe ich nichts gegen so eine Art von Geld Nein, ich wollte nur sagen also man kann ja mit Geld auch was Gutes machen auch helfen mit Geld, klar Ja und zum Beispiel du sagst eben ihr wollt unabhängig werden ihr wollt Filme machen die euch Spaß machen dazu muss man zuerst Geld haben also Geld ist glaube ich nicht an sich was Schlechtes Aber ich renne dem Geld nicht hinterher es fliegt schon rein und dann werden wir es zu was Gutem benutzen Du machst ja jetzt eine Riesentournee du wirst überhaupt immer mehr ein internationaler Star Ich komme ja schon fast vor wie Jesus wandere durch die Welt und spreche zu den Leuten Ja und auf der Straße diskutiere ich mit ihnen und ähm und ich liebe sie wie mich selbst also ich versuche wirklich gut zu sein und wenn jemand mir mit Aggression begegnet versuche ich mit Weisheit zu antworten und nicht auch auszuflippen denn das ist auch was Jesus vorgeschlagen hat um heilig zu werden sollten wir gut werden hey Also ich merke schon dass du irgendwo dich verändert hast auch ich meine das ist doch du hast früher wenn Aggressionen an dich rankamen manchmal auch aggressiv reagiert aber ich glaube jeder muss sich verändern und muss auch die Chance haben reifer zu werden Ja sich lieber erniedrigen lassen und dafür wissen dass mal woanders dafür erhöht wird Ah sehr schön also ich meine irgendwo ein bisschen eine neue Nina Hagen die jetzt auch um die ganze Welt reist und was werden das für Filme sein ich bin da ganz gespannt Also jetzt machen wir erstmal einen Film über die Sache die jetzt so passiert über das Leben die Leute und die Musik und dann machen wir danach einen Film das wird ein DDR Musical das heißt wahrscheinlich Völkerfreundschaft wie der Dampfer aus der DDR und wir werden zeigen wie die Menschen dort leben wie sie feiern und was sie so denken und weil wir haben ja dort gelebt meine Freundin die Julchen die kommt auch von dort und viele von unseren Freunden die werden dort mitspielen und dann können wir alles ganz genau zeigen wie wir dort waren und wie die Leute dort gehirn gewaschen werden im Gegensatz zu hier und dann kommen wir am Westen an und dann können wir zeigen wie hier alles ist und können es mit Musik machen und Tanz wie bei den alten deutschen Tonfilmen mit viel Halbmönden und wir werden eine Pyramide bauen auf den Bahamas die werden wir auch als Kirche benutzen und als Meditationszentrum aber auch als unabhängiges Filmstudio und dann viele Filme machen es ist ja toll ganz was anderes zum Abschluss kochst du auch manchmal? also nicht wenn ich auf Tournee aber wenn du zuhause bist kochst du auch? ja manchmal ja? irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen dass du am Kochtopf stehst aber ich mache doch alles du machst alles Nina, wenn du schon alles machst dann erfüll mir jetzt einen Wunsch bevor du den zweiten Titel mit deiner Gruppe spielst und singst mach mal was allein ohne Musiker nur mit deiner tollen Stimme ganz hoch und ganz tief weißt du ich höre die Stimme so gern die wird nämlich immer ein bisschen zugedeckt von den Musikern darf ich dich? das ist wahr heutzutage nicht? bei der Popmusik ist die Begleitung immer so laut bitte schön bitte schön bitte schön ich weiß das Ende ist nah und so ich die finalen curtain ah mein Freund ich einfach queer ich habe ich und every highway fällt gehört die Signale auch zum letzten Gefühl ich die internationale erkennt das Menschenrecht ich Sie hören jetzt den größten Hit der Welt von dem größten Sänger der im Moment noch in dieser Dimension etwas macht Ziggy Plays Gitarre Ziggi Plays Gitarre Ziggi Plays Gitarre Jamming Goodwill Weird and Gilly and the spiders from Mars he could play it left and left but he made it too far he became the special man then we were Ziggy's band Ziggy really said screw Dubai screw down here do crack some heads from Japan he could leave them by smiling he could leave them too he could leave them too he came on so low that men were hung on Snow White so so where were the spiders why the flies try to break our bones like the bee like to guide us so we'll give him some defense should it be gross and sweet as wow yeah ooh 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 yeah ooh ziggi played for time Jive in a spell with a voodoo The kids would just crash He was the never With a god given out of life He took it all too far But boy, could he play guitar Making love to his ego He's such a big tool He's made like a lamp of a messiah I'm the king, the king, the man I have to break up the man Ooh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Ziggy played guitar Ah, 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 ah Ah, 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 ah I know the end is near And so I face the final curtain My friend, I'm just a queer I've switched my case On which I'm certain I've lived a life that's full I travel each and every highway And that much more than this I did it more A life that takes you away The world, and the world Is so kaputt, kaputt Is so shit, shit, shit Auf ihrer Erde Und jetzt Ist alles gut An deiner Seite Gibt's keine Pleite Und dann Ja dann und wann Kommt dann der Mann Oder die Frau Deine Träume Und dann Hängst du dich ran Ein ganzes Leben Karte nach Babylon, Babylon Nun ist vor und Geld ist mehr Mani, 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 mehr mehr als ich Mani, 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 mani Fressen allein, sagt Recht Gibt's die Götze nicht, sagt Recht Auch kein Geschwind, sagt Recht Macht keinen Sack, sagt Recht Auch in dieser Unzug ist Mensch, statt Der Druck muss weg, der Druck muss weg Und bleibt Au, 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 au Mein ganzes Leben Berlin Meine Lieblingsstadt Berlin mit Stapel Berlin mit Stapel Berlin mit Stapel Berlin mit Stapel Und voll der Gewalt Oh, wenn sie ihn Ja, wenn sie ihn Die schönen Träume Und dann Ja dann und wann Kommt dann ein Blitz Auf weit heran Himmel Schlägt ein Wenn sie die erste Verein So kommt Immer Es ist das Ende der Welt Es ist das Ende der Welt Und Geld ist mehr Mani, 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 mehr als ich Mani, 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 mani Wir breiten allein Verbrecht Himmelgutse nicht Verbrecht Auch kein Wischereck Verbrecht Macht keinen Sack Verbrecht In die Wärm In der Stadt Und Im Essen Schlaut Hoi Und In Ja Babilon Babilon Will Jetzt Schlaut 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 Ich End', Schlaut Unsterblich! Aber Antimaterie ist unsterblich! Unsterblich! Babylon will fall! Babylon will fall! Down, 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 down. Kann ja passieren, dass die Anti-Welt mit der materiellen Welt kollidiert. Kann aber nicht passieren. Die antimaterielle Welt existiert für immer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bobine, son numéro 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 I like to smoke marijuana ... 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